also schaffe ich nicht mehr nein ich habe es gefunden ich habe es endlich gefunden und man sieht sogar das secret von hier aus dietrich eine mimik fizzle so mimik weg fire talk und fire blade du bist aber wahrscheinlich auch nicht die superwaffe die ich suche nein dann bitte einmal raus hier so raus wir haben schon mal die 77 secrets geschafft so sich die daten machen übrigens da können wir der krypt von url auch die rücken kehren so sequels haben wir alle es fehlt nur noch ein epic item ne ich speichere außerhalb vom friedhof am besten so genau hier ist mit geht ok es ist tag sehr schön die pyramide steht ein voller glanz hallo zeugs so einmal kurz speichern dann holen wir uns die chest lp 137 so dann geben wir wieder die cemetery und versuchen die chest zu finden es gibt hier nämlich noch eine chest und ich weiß auf jeden fall dass sie etwas mit dem grabstein zu tun hat also den hier ja das ist tage fällt der wurde aus dem norden gebracht ich sollte mir die dinge übrigens mal markieren also hier ist ein grab ich markiere jetzt mal gräber mit x wissen fließt über die insel der tod hat sie gefüttert hier sind sklaven niedergelegt worden äh hoops nein hier so das eine andere rätsel habe ich übrigens gelöst oder ja das mit dem ich war gerade dabei was gehört ja pummel face des stone mason also hier ist der steinwitz begraben da will ich erst noch bald nicht rein ich will mich erst noch mal hier außen angucken nach gräbern was sagst du naja als die ordnung kam oder der orden wurde das tor versiegelt genau hier habe ich nach allem möglichen gegraben kam und der iron will ist hier das war ein schlüsselloch schlüssel haben wir übrigens keine mehr oder wir haben aber doch bei sich schlisch wert ja wie jede menge zeug ok das war dann wo die sehr die gräber außerhalb vier stück als gucken wird sie gräber in im friedhof an wahrscheinlich sagen die uns mehr die sich auf jeden fall darum hamper so hier so hier ein schabade der alle verflucht hat obwohl er nicht drehen konnte die jungs sind immer noch recht nervig so der ist zu glück auf der anderen seite noch ein grab ok der haben wir zu glück da hinten rum müssen es zwei stück sein die kaum schaden machen das kann jetzt zufall gewesen sein nein die machen wirklich kaum noch schaden ok jedenfalls nicht unseren beiden nahkampftanks so hier seien es miriel widdel endet her life in the red hills in the town of ediamon ja ganz ruhig herkommen okay hier ist noch eine hier die heißt ja schon bald widdel mal sehen ob ich aus denen vielleicht sagen die namen irgendwas so hier war das rätsel war da drüben ja da drüben war ein grab hoffentlich ging das so rum ja so wer bist du basan of xafi wurde verbannt ok du bist wahrscheinlich nicht so wichtig so wenn doch hier ist der rückweg so hier war der power gem gelegen gut gucken wir wieder da weiter hier auf der seite hier auf der seite da 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 ah ja hier ist ein grab er hebt der master carpenter also der meister schreiner der liegt hier gut und hier liegt gut und hier liegt gut und hier liegt hier ist nichts so hier ist ein sag ein schmied oder eine schmiedin ludia ja ja okay du bist eine schmiedin dafür müssten wir noch eine schmiedin oder das ist auf jeden fall stärker ja auch wenn du damit feuerbälle verschießen könntest theoretisch ja da lang geht's zu der brücke ich will aber erst mal in die andere richtung gucken da ist noch ein grab ja konrad ja konrad ja konrad banished from itola the famous poeserwight travel to the tavern of werplei to start a new life efforts were in vain for in the inn he was slain by the river of el near the town of needle das ist übrigens das einzige grab wo wir noch nicht gegraben haben naja unten und toten rausholen so okay hier ist noch ein riddle ich glaube die riddle gräber die wollen mir was sagen hier ist ein normales grab also kein riddle ja die stellen sich schon mal an zum sterben eine schon mal hin jam auf dauern machen die dann doch schaden muss ich sagen jam und dann ist nur kriegst deine bolzen wieder du gib mal den an sie ab dass sie sich etwas heilen kann so ist hier grab stein irgendwo da ist auf jeden fall mal wieder einer von denen wo das war ein schöner treffer mit dem special move so und tot ist er so und tot ist er gut 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 legend of killhagen citoyen killhagen killhagen hat nichts gesucht killhagen hat nichts gesucht gut